Aber Schneewittchen ist tausendmal schönes Nacht. Da verschrack die Königin und sie wurde gelb und grün verneid. Sie befahl einem Jäger, Schneewittchen in den Wald hinauszuführen und zu töten. Der Jäger aber hatte mit einem anderen Mädchen und ließ es laufen. Den ganzen Tag, den ganzen Tag, ihr Verschwundliche durch den Wald, dann kam am Abend eigentlich ein kleines Häuschen. Es war das Häuschen, das ihm das Meer geht.